In diesem Video erfahren wir mehr über Korrosion. Stellen Sie sich vor, vier Dinge, ein Spielzeug aus Aluminium, ein Eisennagel, ein Kupferrohr und ein Goldring bleiben viele Jahre im Freien. Welches der vier Materialien wird Ihrer Meinung nach im besten Zustand sein, wenn Sie wiedergefunden werden? Halten Sie an, denken Sie nach und machen Sie weiter, wenn Sie bereit sind. Wenn Sie denken, dass der Goldring im besten Zustand sein wird, haben Sie recht. Das Kupferrohr und der Eisennagel werden in einem schlechten Zustand sein, das Aluminiumspielzeug hingegen wird ebenfalls gut erhalten sein. Höchstwahrscheinlich wird der Eisennagel im schlimmsten Zustand erscheinen. Das liegt an der Korrosion. Korrosion beschreibt die Bildung von Verbindungen auf der Oberfläche eines Metalls, wenn es Luft und oder Wasser oder einem Elektrolyten wie Salzwasser ausgesetzt ist. Wenn ein Metall korrodiert, bilden sich normalerweise Verbindungen, die Oxide oder Hydroxide genannt werden. Der Nagel aus Eisen verrostet. Das ist übrigens das einzige Mal, dass Sie den Begriff Rosten verwenden sollten. Bei allen anderen Metallen wird der Begriff Korrodieren verwendet, wenn Sie mit Wasser und oder Sauerstoff in der Luft reagieren. Aber warum wird der Nagel korrodierter sein als das Aluminiumspielzeug, das Kupferrohr oder der Goldring? Haben Sie eine Idee? Unterbrechen Sie das Video und fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind. Der Grund dafür ist, dass die Metalle alle unterschiedliche Reaktivitäten haben. Eisen korrodiert schneller, weil es reaktiver ist als Kupfer und Gold. Aber Sie fragen sich vielleicht, warum das Aluminiumspielzeug nicht am schnellsten korrodiert ist. Tatsächlich ist das Aluminium reaktiver als das Eisen, also es reagiert schneller mit dem Sauerstoff aus der Luft und bildet Aluminiumoxid. Aluminiumoxid ist sehr reaktionsträge, denn sobald sich die Oxidschicht auf der Oberfläche gebildet hat, bindet sie sich sehr eng an die Oberfläche des Metalls, sodass sich keine Risse bilden können und keine weitere Korrosion verursacht werden kann. Hier ist eine Herausforderung. Wie können Sie diese Idee nutzen, um den Eisennagel zu schützen? Die Antwort ist die, indem man ein Metall wie Eisen mit einem anderen, reaktionsfreudigeren Metall wie Zink überzieht. Das Zink bildet schnell die Zinkoxidschicht. Das darunter liegende Eisen ist dadurch geschützt. Dieser Prozess heißt galvanisieren. Und dieser Schutz kann bis zu 100 Jahre halten. Wenn Sie an das Metall an einem Fahrrad denken, kann Korrosion verhindert werden, indem man den Rahmen, ein statisches Teil, lackiert oder die beweglichen Metallteile wie die Kette fettet. Oder es könnte mit einer dünnen Schicht eines weniger reaktiven Metalls wie Zinn, Kupfer oder Gold überzogen werden. Allerdings wäre das sehr teuer. die Kette fettet. Oder es könnte mit einer dünnen Schicht, also mit einer dünnen Schicht, die Töne Kette fern. Die Kette fern.